Es ist ein wunderschöner Sommertag, wir sind hier an der Donau, Ortlieb gegen Felix, das Duell. Heute heißt es Ortlieb gegen Michel. Michel ist eingesprungen, weil Felix im Urlaub ist und seine Aufgabe ist es, Schub zu platteln, zumindest mit einem, der es wirklich kann. Hier sind unsere zwei Deliquenten, zum einen Michel, und zum anderen wer? Der Lukas Orbach aus Hause. Und du machst das praktisch öfter? Ja, jeden Freitag auch. Und seit was für einer Gruppe? Der Trachterverein, Heimausch, das meine ich. Und ihr werdet jetzt platteln. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los, die ersten Übungen, und damit Sie sehen, was für ein begnadeter Tänzer Michel ist, und man nennt ihn auch den Baryshnikow oder den Franzl Lang aus Neu-Ulb. Und ab. So, bitte. Sehr gerne. Will? Der ist jetzt beigetragen, also es war best. So, okay. Und sprung! Jetzt kommt es.